Ich kann sehen, wer du bist. Und diesen Jemals, den mag ich. Hier kannst du jetzt gleich hoch! Schau, Schau! Bilanz! Bilanz! Ja Leute, das hier ist Emma. Wir haben keinen interessanten Vorschlag gemacht, nämlich dass Emma zu uns in die Kommune ziehen könnte. Erik und ich, wir wollen gerne etwas Neues ausprobieren. Aber du, du, der Kommune! Ach, weißt du, ich kann mich noch nicht so richtig vorstellen. Anna, ich hab mich richtig gefreut. Ja, ich hab dich schon als kleines Kind im Fernsehen gesehen. Kann das sein, dass du hier der Chef bist? Wir haben hier keinen Lust. Das hier ist eine Kommune. Also, sie ziehen richtig ein. Ich habe doch klar und deutlich gesagt, dass Emma heute kommen wird. Aber doch jetzt, um hier einzuzählen! Warum sollte sie sonst kommen? Ganz genau! Die Echte ziehen nicht ab, das will ich abwarten! Erik schläft mit einer anderen Frau. Ich will hier nicht mehr rum, ich will abziehen! Jetzt packt eure Scheißklamotten und sucht euch jemanden, an den ihr rumkommen könnt! Ja, nicht mich! Nicht mich! Nichts, nichts, nichts!